Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, wie kurz angekündigt, will ich heute mal kurz über Panasonics neueste Kamera, die sehr bald angekündigt werden soll, sprechen. Und zwar soll am 19. Mai gibt es ein Presse-Event von Panasonic, in der sie die Lumix GH5 Mark II ankündigen werden. Alles deutet im Moment darauf hin, das sind schon komplette Listen. In der Gerüchteküche gibt es schon komplette Listen, was diese Kamera alles haben soll. Also die gesamten technischen Details der Kamera sind im Grunde schon verfügbar. Und ich muss sagen, ich bin diese Woche davon extrem überrascht gewesen. Panasonic hatte ja irgendwann Anfang dieses Jahres angekündigt, Hey, es wird wahrscheinlich dieses Jahr ein Nachfolger für die Lumix GH5 angekündigt. Und ich sag mal so, 99% aller Leute, inklusive mir, haben dann gedacht, natürlich ist da die Lumix GH6 gemeint. Tja, Panasonic belehrt uns da eines Besseren und bringt jetzt die Lumix GH5 Mark II raus. Ich habe jetzt ein paar Tage drüber geschlafen, weil meine erste Reaktion war, ach du Scheiße, sorry, aber ja, ob das wirklich der ihr Ernst ist. Und wollte gleich ein Video dazu machen, habe jetzt aber dann gedacht, jetzt komm jetzt schlafen, noch zwei, drei Tage drüber. Vielleicht findest du ja doch noch ein paar positive Punkte an der ganzen Geschichte. Aber jetzt will ich einfach mal kurz meine Gedanken dazu raushauen. Und zwar gibt es natürlich ein paar Verbesserungen für die GH5 Mark II. Und ich würde es einfach mal kurz durchgehen. Man kann jetzt 4K aufnehmen in 60 Bildern pro Sekunde und das Ganze in 10 Bit. Und das in der Kamera. Das war bisher nicht möglich mit der GH5. Die GH5 konnte das in 8 Bit aufnehmen. Und man konnte über einen externen Monitor, wie so ein Atomos Ninja zum Beispiel, und HDMI-Kabel natürlich entsprechend 10 Bit extern aufnehmen. Extern aufnehmen ist natürlich immer wesentlich mehr Aufwand, als intern aufzunehmen und so weiter. Von dem her ist es natürlich grundsätzlich mal eine gute, zu begrüßende Neuerung. Ansonsten gibt es das Thema, man kann sie als Webcam benutzen. Die GH5 hat ja schon USB-C-Anschluss und die GH5 Mark II wird jetzt als 1080p Webcam nutzbar sein. Ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Ich glaube, man braucht noch die Lumix-Software dazu. Aber wenn man das dann hat, dann kann man die einfach als Webcam da anschließen. Ist gerade für Livestreams gut oder für irgendwelche sonstigen Themen, wo man eben eine Webcam braucht. Auch für Videokonferenzen und sowas. Alles natürlich interessant. Ja, ist aber auch ehrlich gesagt was, was jetzt so gut wie alle Kamerahersteller mittlerweile in ihre Kameras einbauen. Eben aufgrund der aktuellen Situation auch, dass viel mehr Leute Homeoffice machen, viel mehr Leute Videokonferenzen, Livestreams und sowas machen. Es gibt einen neuen Prozessor vermutlich in der Kamera, der dafür sorgt, dass man ein bisschen mehr Rechenpower hat und somit erstens den Autofokus verbessert und auch so Themen wie Tiererkennung sind dann mit drin und ein bisschen verbesserter Autofokus, wie gesagt. Und zwar soll der von der Lumix S5, also von dieser Vollformat-Kamera, kommen. Und auch Körpererkennung ist dann möglich. Wer die G9 hat, kennt das. Man kann nicht nur Gesichter erkennen, sondern die Kamera kann auch Körper erkennen. Man kann umschalten auf Tieraugen, Autofokus. Funktioniert sehr, sehr gut. Das kriegt jetzt auch die GH5. Das war jetzt so die letzte von den Profimodellen von Panasonic, die das nicht konnte. Die GH5S konnte das schon, die GH9 konnte das schon. Die haben wahrscheinlich einen neuen Prozessor und den kriegt jetzt auch die GH5 oder vielleicht sogar noch neueren. Also man darf erwarten, dass der Autofokus ein bisschen besser wird. Es bleibt aber, so wie es aussieht, weiterhin bei DFD-Autofokus. Es wird keinen PDAF-Sensor, also Phasendetektions-Autofokus geben. Das, was eigentlich alle anderen mittlerweile einbauen und somit auch sehr, sehr gute Autofokus-Verfolgung im Videomodus erzielen und generell auch ein bisschen besseren Autofokus letztendlich erzielen. Also sehr, sehr, sehr schade. Das wäre ein Feature gewesen, wo man wirklich sagen könnte, hey, da haben wir ein riesen Verkaufsargument gegenüber der bisherigen GH5. Weil das war eigentlich zumindest von mir und von vielen anderen auch der Hauptkritikpunkt der GH5, die sonst eigentlich damals, als sie rauskamen, vor immerhin vier Jahren, ihren ganzen Konkurrenten eigentlich sonst meilenweit voraus war, kann man sagen. Ja, und davon haben sie auch lange gezehrt. Ansonsten kriegt man noch einen größeren Akku. Ja, der hat ein paar mehr Milliampere, das heißt, wird ein bisschen länger halten und so weiter. War jetzt nie groß mein Problem, die Akkulaufzeit, aber ist natürlich schön, wenn er ein bisschen größer wird. Und der USB-C-Anschluss hat die GH5 ja schon, aber die GH5 Mark II kriegt jetzt die Möglichkeit, dass sie per USB eben dann auch entsprechend im Betrieb geladen werden kann, beziehungsweise mit Strom versorgt werden kann. So, dass ich jetzt zum Beispiel eine Endlosaufnahme mit einer Powerbank oder sonst was angeschlossen hier machen könnte. Auch wieder interessant für Livestreams, für solche Sachen, wo man die Kamera lange anhat. Und natürlich eine willkommene Sache. G9 hatte das aber jetzt zum Beispiel auch schon längst, dass man zwar nicht über USB-C, aber über Micro-USB die Kamera letztendlich auch mit Strom versorgen könnte. Also das ist auch nichts, was jetzt irgendwie bahnbrechend neu wäre. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt keine, also so wie es aussieht im Moment, vielleicht überraschen Panasonic dann noch, aber keine Photo-Features von der G9, also wie zum Beispiel die hochauflösende Aufnahme oder sowas. Das hätte man sicherlich noch einbauen können und so weiter. Zusammenfassend muss ich sagen, nach vier Jahren mit so einem Ding zu kommen von Panasonic, quasi die GH5, die wirklich eine super Kamera ist. Ich will die nicht kleinreden, ich habe die GH5, nutze die, die Video-Qualität ist top von dem Teil. Also wirklich eine super Kamera, eine robuste Kamera, eine zuverlässige Kamera. Aber die in nur so wenigen kleinen Punkten zu verbessern, dafür dann wieder den normalen Preis, oder ich glaube sogar ein bisschen mehr, aufzurufen. Und mit dem gleichen Sensor oder einem vergleichbaren Sensor wie vor vier Jahren, wie teilweise schon länger in Kameras eingebaut ist, MFT-Kameras eingebaut ist, das ist für mich ganz klar eine Bankrotterklärung von Panasonic gegenüber MFT. Ich weiß echt nicht, was die rauchen in der Marketingabteilung bei denen, dass die denken, dass das Teil in irgendeiner Form positiv aufgenommen werden könnte. Wenn man so ein bisschen im Internet rumguckt, dann wird die Kamera im Grunde auch überall verrissen. Ich verreise jetzt auch, ja, ich weiß. Aber ich kann auch mir wirklich beim besten Willen nicht erklären, wie sie darauf kommen, dass das Ding in irgendeiner Form wirklich gut aufgenommen werden soll. Wir haben jetzt mittlerweile Konkurrenten, die im Videobereich mehr bieten. Die GH5 war da, wie gesagt, lange voraus im Budget-Bereich für Videofilmer. Jetzt gibt es Konkurrenten, die mehr bieten, die mehr Frames pro Sekunde bei 4K bieten, die teilweise 8K bieten, die einen viel besseren Autofokus bieten. Und, und, und. Teilweise natürlich auch teurer, aber, ja, es gibt einfach die Möglichkeit. Ich meine, warum macht Panasonic nicht die GH6 und haut da richtig einen raus? Das verstehe ich wirklich beim besten Willen nicht und ich, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Es sind irgendwelche technischen Limitierungen, kriegen die keine Sensoren dafür oder, oder, oder. Aber dann hätte ich doch so ein Ding nicht angekündigt, sondern alles dafür getan, dass meine nächste Kamera der absolute Hammer wird. Und natürlich ist es so, dass man mit der neuen Kamera nicht unbedingt bessere Bilder schießt, nicht unbedingt bessere Videos macht. Aber Panasonic muss doch auf der Höhe der Zeit bleiben. Das ist ein super schlimmes Signal, finde ich, an den Markt. Das für mich sagt Panasonic gerade, hey, wir können gerade nicht mehr und das ist das, was du kriegen kannst. Und mehr können wir eigentlich einfach nicht mehr, ja. Also wenn die nicht jetzt bald rauskommen und sagen, hey, da kommt noch eine GH6 und vielleicht auch wirklich sagen, da kommt dann das, das und das. Und es wird preislich in dem Bereich. Dann fürchte ich echt, dass die Leute da abspringen, weil das ist für mich jetzt ganz klar, da kommt nichts mehr, ja. Also ich habe ja lange gesagt, ich glaube am MFT und dass es weitergeht und so weiter. Aber nach dem Ding, glaube ich zumindest nicht bei Panasonic nicht, dass die im Moment sehr, sehr große Ambitionen haben, da wirklich noch richtig was zu bringen. Vielleicht wollen sie sich mehr auf ihre Vollformatlinie konzentrieren, schwer zu sagen. Olympus, wer weiß, was da kommt, die kündigen seit langem an, dass sie was ankündigen wollen. Das ist jetzt auch schon fünf Monate her, dass die übernommen wurden. Da ist noch überhaupt nichts Konkretes gekommen. Also auch da sieht es nicht so gut aus. Ich will jetzt MFT nicht totreden. Machen viele genug. Und es ist ja auch so, dass die vorhandenen Sachen weiter funktionieren werden noch lange. Alles, was ich so habe, ist super zuverlässig und werde ich auch dabei bleiben und ich bin auch zufrieden. Aber man muss einfach Schritt halten mit dem Markt und das macht Panasonic gerade nicht. Das macht Olympus leider gerade auch nicht. Und deswegen bin ich wirklich so ein bisschen in Sorge, wie es mit MFT langsam weitergeht. Gut, das waren meine paar Worte mal dazu. Du siehst für mich so ein bisschen emotionales Thema auch einfach, weil ich enttäuscht bin. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich bin von dem Ganzen letztendlich enttäuscht. Gerne auch deinen Kommentaren und das Video geben, was du davon hältst. Ich weiß, dass viele sagen werden, mir reicht meine Kamera und ist auch völlig in Ordnung. Und mir reichen, wie gesagt, meine Kameras auch. Aber ja, das ist für mich einfach so ein bisschen der Beweis, dass sie nicht so ganz wissen, wie sie weitermachen sollen. Oder vielleicht auch nicht können, nicht wollen, was auch immer. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.